Es ist der elfte Tag, wo Oli kein Bier gehabt hat. Und jetzt sehen wir das geheime Ritual der Engländer. Sie machen nach zwölf Tagen Abstinenz die Kreuz an die Decke und wir warten. Er löst sich nicht auf, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wahrscheinlich ist das gewesen, das Bier wird leer sein. Achtung! Das war der erlösende Stöner. Die Farben sind so deutlich jetzt plötzlich. Oli ist back! Das war unsere Live-Schaltung in unserem Janschep National Park. Wo Oli nach zwölf Tagen sein erstes Bier hat. Das war unsere Live-Schaltung.